Von Brüchen gibt's da Fragen? Da schaust du? Komm, jetzt kommst du mit Klo. Musst es jetzt unbedingt sein. Wie packst du, Herr Decker? Gehäulich! Hallo! Marcel, wie kommst du zu diesem Schlüssel? Der war einfach in der Toilette drin. Hast du ihn abgezogen? Ja. Gut, dann war's wohl ein Missverständnis. Ja. 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 Musik 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 Die Schneider hat mich voll verpetzt. Das hat sie schon wieder gemacht. Erstens, sie hat mir kein Brötchen gekauft und zweitens, die verpetzt halt einfach nur. Jetzt sei halt mal nicht so assig. Die muss dir doch kein Brötchen kaufen, wenn sie's nicht will. Doch. Die wird schon noch sehen, was sie davon hat. Musik 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 Schön. Ja. Kommst du mit Fußball spielen? Nein, ich kann grad nicht. Aber ich kann nachher kommen, ok? Ok. Hast du mal selbst gesehen? Nein. Ey, warte mal, warte mal. Was soll das denn? Das ist doch Inno gespielt. Was soll das jetzt? Ja, Dad, wenn sie eifersüchtig ist, dann ist sie mich verknallt. Wenn ich das will, dann keine Ahnung, für Frauen oder nicht? Ey, ich kann dann nachher doch nicht kommen. Dann läuft doch was zwischen dir und der Claudia, oder? Nein, wir waren nur Eis essen, sonst ist nichts passiert. Beim hauen. Ja, wir helfen uns fort, wenn wir uns zur Kirche von den Kготов haben. Es ist ja auch nicht 바�nsisch. W線. Für die Kirche. Ich weiß nicht. Dann, ich weiß nicht, was soll Knocks, was soll. Die Kirche von der 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 Kirche. Oder haben wir ein bisschen. Was soll das mal erstaun. Untertitelung des ZDF, 2020